Teddy, heute bleiben wir so lange auf, wie wir wollen. Brumm, brumm, brumm. Psst, nicht so laut, Leo. Lilly ist doch gerade erst eingeschlafen. Ja, gut, Mama. So zu spielen macht gar keinen Spaß. Hm. Hm, 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 hm. Wenn du wirklich noch aufbleiben willst, dann musst du aber leise sein, Leo. Hm, bin ich Mama. Oh Mann, oh Maus. Soll ich dir eine Geschichte vorlesen? Es war ein Mai. Bist du schon eingeschlafen, Teddy? Du bist ja immer noch wach, Leo. Ja, na klar, Papa. Willst du mit mir spielen? Ich will jetzt ins Bett. Ich muss früh aufstehen, damit ich pünktlich bei der Arbeit bin. Komm, ich bring dich ins Bett und lese dir eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Nein, ich geh noch nicht ins Bett. Na dann, gute Nacht. Mua. Teddy, du bist ja wieder wach. Hm. Und du kriegst nie genug von neuen Abenteuern. Und du kriegst nie genug von neuen Abenteuern. Okay, bis hin. Untertitelung des ZDF, 2020